Oh Gott, das geht gleich alles in die Luft hier! Ich kann nichts sagen! Ja, aber wir können ja... ich kriege keinen Schaden... ...und wir müssen nochmal antieren. Oh, du kriegst Schaden! Scheiße! Oder? Ja, weil neben uns wieder einer Metal Pumpkan stand! Oh Gott, ich kann da vorne nicht schießen! Nee, kann nicht... Jetzt rückwärts vielleicht! Nee! Von wo wird denn geschossen? Achso, der Heli! So, halt mal kurz! Ich muss mal kurz... Panzerung... Schwere Panzerung! Ich kann hier... irgendwie ist grad die Kamera ein bisschen... Oh Scheiße! Ja, ich hab die gleich alle! Wie geil, der eine grad da... Wenn hier eine Karate... Fuck, neben uns wieder hier! Habe ich raus? Habe ich raus? Habe ich raus? Habe ich raus? Das ist gefährlich! Den kann ich mir neben mir nicht abschießen jetzt hier! Und hier ist einer vom Spot! Habe ich... Ah, der ist glaub ich tot! Oh nein! Oh nein! Jetzt lädt er doch einer rein! Da soll ja auch was der Fee abgeklicken! Keine Ahnung woher! Wow! Weil neben uns wieder welche mit Pumpkans stehen! Ja! Swim! Ach! F- W- Ich bin gleich weg! Oh! W- 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 ach fuck ich krieg den Heli nicht über uns oh Gott nein 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 ich kann auch Ja. Seht ihr noch? Ja. Fahr mal ein bisschen in die Waldgegend hier. Geile Scheiße. Geile Scheiße. Ja. 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 Die los ist. Nein. Heli down, Heli down. Jo. Heli down. wir haben immer noch fünf nütz kommen immer noch keine es können wir können beide zeitgleich fahrungslevel entfernen aber da gibt es keine belohnung ja das ist wirklich weit weg da ist der steg mit der fahrzeuge von der drücke auch Oh Gott, da ist ein anderer Fandler-Lots. Nein! Da ist ein Fixer! Nein! 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 Blech! Blech! Das heißt, es muss nicht mehr nach oben. Was er zuerst gehört! Oh, das ist halt ein Kampf! Oh die Stelle! Die Stelle! Ja, egal was! Woah! Oh! Ich hab da hinten mal alles in Luft gejagt, was da so war. Ich war auch noch auf irgendeiner Mission. Ich bin ein Hubschrauber-Clone. Alter, unser Wagen, der geht ja hier in die Luft, glaub ich. Jop. Und das schaffen wir nicht mehr. Oh, ich hab hier vielleicht irgendwo Wartung oder sowas. Ich balle auf die Helis. Der ist runter. Der dreht ab und... Weg. Weg. Der kwein. Scheiß. Ja, Tunnel, Tunnel, Tunnel weg. Puh, jetzt kommt... Ja, ist nicht so lang. Hier ist das Polizeirevier, wo wir gleich vorbeifahren, ne? Das Große, glaub ich. Hier rechts. Was ist das? Da haben wir doch mal so ewig dran gestanden, natürlich. Echt? Bei einer einen Mission, ja. Hier aber unten, da müssen wir auch irgendeinen Kanal verreichen, den ich meine. Ja, fahr mal ein bisschen weiter da. Oh, siehst du ja... Und sieht auch grad keiner, ja? Da müssen wir auch einfach hier ein bisschen drin stehen. Müssen nur aufpassen. Genau, bleib mal hier. Nicht, dass von hinten oder von vorne ein Zug kommt, ne? Gott, der explodiert gleich, das Auto. Jetzt kommt der Heli, der fliegt drüber. Du guckst nach vorne, ich guck nach hinten, um den Zug kommt, weil da müssen wir reagieren. Okay. Ich meine, wenn der links kommt, dann berührt er uns nicht. Äh, also... Auf unserer Spur schon, aber auf der anderen nicht. Der fährt dann vorbei. Ich hör was. Oh Gott, welche Seite ist das? Hinten seh ich nix. Vor... ach so. Ja, ja. Warum fahren die denn links? Reggler. Ah, ne. Mein Pfeil ist aber schon hellrosa, ich glaub mein Geisteszustand. Ich hol mir mal eben Bier. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020